das aufzu und dann noch mal zu schmelzen okay das hat nicht geklappt schade ich glaube mehr bekomme ich auch nicht 7 8 9 cool 10 mehr als erwartet ok zehn stück dann kann ich neun da rein tun und drei kappa hingeht so müsste ja die rechnung sein ja und wenn das ganze jetzt funktioniert wovon ich fest überzeugt bin hoffe ich dann ja dann kann man sich billige werkzeuge schön herstellen mit wenig reparaturkosten und einem diamanten als verstärkung ich muss allerdings mal gucken wie viel ich davon bauen kann denn es ist ja immer etwas unterschiedlich 9 12 2 4 6 8 10 12 gut direkt ja okay aber das kann ich ja alles gebrauchen was ich hier habe das kommt nach ganz unten weg damit die weg durch die nächsten zwei das und das super und super und lasst euch voll laufen weg mit euch die nächsten beiden so langsam kommen so glücksgefühle mir hoch denn schaffe ist ich habe es so langsam geschafft alles zu machen was ich will ich glaube das war noch die letzten beiden ich glaube das waren auch die letzten beiden und stunden bei den dingen genau sonst könnte man ja gar nichts bauen und ja es hat geklappt ich bin glücklich ich bin glücklich ich bin von mir selbst stolz überzeugt ach falsche taste so wie viel marble habe ich dann plötzlich okay so da ist sogar noch was drinnen das ist doch noch mal was schönes so du und du und du so ich würde sagen weg mit dir komm tschüss so nächstes teil was ich bauen will wir haben ja hier jede menge von dem zeug jetzt muss ich gucken oh ich habe sogar noch ein aluminium ohr oh mein gott ist das geil und noch ein alumino ingot iron ingot iron ohr gut dann würde ich sagen da ich jetzt weiß dass da zwei rauskommen mache ich einfach das das und dann müsste dann das rauskommen was ich haben möchte und zwar aluminium brass hoffe ich zumindest wenn nicht scheiße scheiße wenn doch dann okay und ich glaube es kommt das raus was ich haben möchte wie schön hoch mit dir kann man hier eigentlich sowas wie ich bin ja heute richtig produktiv haha ich bin ja heute richtig produktiv ha ähm ich hatte mehr als eine ich hatte vier eigentlich kann ich hier hinten noch so einen anderen table hinbauen denn das brauche ich ja so gut wie gar nicht so damit würde ich sagen habe ich alles was ich brauche und das erste was ich mache ist ich brauche mir ein large blade oder wie viel habe ich davon noch 138 das lohnt sich nicht aber ich würde gerne mal eine pickaxe bauen und zwar baue ich dafür dass das und ein caps bag oder wie das heißt nein genau das so ein handle gut dann baue ich mir doch mal eben was nehme ich denn nehme ich bronze ja bronze habe ich genug zurzeit das wird dann zeit mal auszuschütten und zwar in diese form denn damit habe ich ja mein schönes teil das andere wird alles mal weggepackt das andere wird alles mal weggepackt denn das brauche ich im moment nicht so das kommt weg das kommt das kommt weg das kommt weg das kommt weg was noch im moment nichts komm schön dann versuche ich das ganze mal experimentieren macht ja den meister so das habe ich das habe ich die beiden kommen wieder weg und mal gucken ob das mit einem handle funktioniert gut und der rest wird mal wieder in diese form gegossen gut das bedeutet ich habe nur ein branche also bronze bronze in natürlich so bronze kommt weg neun lied ohr wird geschmolzen und jetzt kommt die große wahrheit was ist das eigentlich achsen plus so ob das ganze funktioniert so und ein handle ja und mining speed 7 du abiletti cool ein reinforced 101 was nur 101 achso ja und jetzt kommt und wieso habe ich mein zeug hier nicht dabei ich suche redstone nur ich finde nichts schade okay dann weiß ich ja was ich demnächst mit redstone anfange so haben wir noch irgendwas was über neun ist da 38 das wären 27 36 ja genau so so